Advent Es dunkelt und friert, dass wärmer und heller es wird. Wie damals verspüren, wenn es dunkelt und friert, dass wärmer und heller es wird. Advent ist der Kreuz und ein Licht in der Nacht. Und dieses verkündet uns viel. Es spricht von der Hoffnung, vom ewigen Licht und weibbar zuversicht. Es spricht von der Hoffnung, vom ewigen Licht und weibbar zuversicht. Advent ist der Kreuz und ein Licht in der Nacht. Advent ist der Kreuz und ein Licht in der Nacht. Die Botschaft der Heiligen Nacht Heilige 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 Nacht